Besuchskatze ist da. Schien beängstigend, doch das Licht der Sterne wies Fenix den Weg. Lass mich raten, die beiden werden nicht reichen. Oder vielleicht doch. Wird sein können, dass sie den Eisbau auf die andere Seite machen muss. Das ist aber hier jetzt der Fall. Danke, Cece, für dein Prime-Abo. Schön, dass sie sich auch gegenseitig schlagen können. Der erinnert mich voll an Jabba. Auch wie das natürlich nicht Jabba sein soll. Du hast es weitergebracht als die meisten, Menschlein. Keine Sorge. Alter, mir bin ich nicht mehr gerüst. Ich bin nicht mehr gerüst. So schwerer der Gegenstand, so schneller geht auch meine Ausdauer weg. Leo. Leo. Ah, da. Leo, traut sie nicht zum Bett, weil Balthasar drin liegt. Balthasen, Balthasen! Also ich seh keinerlei Kiste hier irgendwo. Ach da die Kiste. Da muss er aber rüber hüpfen. Das sieht ja voll doof aus. Das für Ressourcen ich gar nicht haben will. Weil ich aber gar nicht brauch. Ach verdammt. Sogar ein Helm drin. Plus 10% Schaden mit der Axt. Aber damit kann ich nicht König sein. Ich will nicht so lange warten. Okay das sind einfach nur Lichter. Ich hab ganz kurz darüber nachgedacht ob man die kaputt machen könnte. Hm. Hm. Hm 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 hm. Es war gigantopisch. Doch Phoenix lachte. Warr. 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 Das süße kleine Monster war ganz verspielt. Genau was Phoenix brauchte um sich von seinen Sorgen abzulenken. Es war ein geschenktes Olymp, das er für immer in sein verletzliches und auch immer größer werdendes Herz schließen will. Na gut, wie du willst. Aber wenn ich kotzen muss, bist du schuld. Phoenix war bereit, sich dem Monster zu stellen. Es griff an. In your face, Monster. Ach, du kannst doch nix. Huiiii. Meister aller Klassen. Du machst mir keine Angst. Da ist der Kug. Moment. Als der Dieb Arjolos Krug sagte, dachte ich an einen Krug mit dem Gott der Winde darauf und nicht seinem Wind darin. Wie soll denn Wind in ein so kleines Gefäß passen? Das ist unmöglich. Und von nun an furzte er. Ja. 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 Na. Ja. Ja. Na. Ja. Ja. So, Stellenbild-Herausforderung beim Observatorium beenden. Und wegen Schwierigkeitsgrad, ich glaube, ich habe am Anfang normal ausgewählt. Der höchste Schwierigkeitsgrad wird auch erst freigeschaltet, wenn man durch ist. Und da ich hier ohne Erwartungen reingegangen bin und ohne irgendwelches Vorwissen, habe ich es einfach auf normal stehen lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die haben doch sowas wie Schwachpunkte. Das hat nichts mit dem Niveau des normalen Pöbeles zu tun, dass ich auf Normal spiele, sondern einfach hat sich so ergeben. Und da habe ich doch auf Schwer geklickt. Ich weiß es nicht mehr. Nee, normal. Können natürlich auch auf Schwer machen. Moment, was sagst du mir dann? Ach, ich muss im sicheren Gebiet sein. Das bin ich natürlich gerade nicht, weil ich gerade im Kampf bin. Nimm das, Fliegenvieh. Nimm das, Fliegenvieh. Als Fenix seine Reise fortsetzte, fragte er sich, ob die Sterne eines Tages auch seine Geschichte erzählen würden. Hermes meint immer, die Sterne erzählen Geschichten. Aber ich verstehe es nicht. Fast als könnte ich nicht lesen. Warum überrascht mich das nicht? Dann muss ich das hier wohl lösen, um an das fehlende Flügelstück zu kommen. Du kannst die Sterne nicht lösen. Die Sterne lösen dich. Zumindest hat mir das eine Seherin namens Klia mal erzählt. Ich verrate dir nicht, was danach geschah. Aber die Sterne leuchteten hell. Sie klaute dein Glaub. Das hat sie, ja. Aber dafür verwandelte ich sie in eine Wehre. Alles in allem ein guter Abend. Ich muss anscheinend fünf Sternenkugeln finden. Oder waren es vier? Auf jeden Fall muss ich Sternenkugeln finden und die hier einsetzen. Hm. Hm. Warum sieht das so aus, wenn man das zerstören könnte? Ach so. Hat sie erledigt. Hat sie erledigt. Kleine Kugeln, wo die Galaxie drin ist. Das wäre ein sicheres Gebiet und kann den Schwierigkeitsgrad hochstellen. Neuladen will ich jetzt aber gerade auch nicht. Nicht, dass die Kugeln sich zurücksetzen. Ach, mach ich beim nächsten Mal. Da rein. Da rein. Aber man sieht echt an allen Ecken schon sehr schön, in welche Richtung, dass sich das entwickelt. Da ist die letzte Kugel. Nein. Kugel erstmal im Kopf bekommen. Ja erstmal lass ich das. Ja. 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 Mit den Flügeln werde ich der Geiste sein. In Köln-Kalk. Hm. Willkommen auf der Goldinsel. In Erinnerung an meinen größten Erfolg und meine größte Niederlage. Mögen die Götter mein Opfer annehmen, möge ich dich wiedersehen. Da kann ich wahrscheinlich auf den Schwingen... Was? Ich hab Ikaros nicht getötet, sondern Daedalos Fehlkonstruktion. Und wo ist Daedalos jetzt? Verstehe. Schweigen. Ich bin sicher, Phoenix findet es heraus. Irgendwann. Ich bin sicher. Ne, da ist nicht der Sinn dahinter. Es gibt anscheinend einige Sets, die man sammeln kann, die unterschiedliche Bonuswerte haben, bzw. unterschiedliche Verbesserungen. 10% Bonusschaden ist jetzt mit Schwert oder mit Axt jetzt auch nicht so berauscht, also vielleicht schon, ach, keine Ahnung, weiß nicht, ich will meine Waffen upgraden können, endlich. So, holen wir auch die Kiste. Plus ein Ausdauerfeld. Ach, und ich seh nicht mehr ganz so... ...truntig aus. Die zwei Sachen passen auch schön zusammen. Ach, ich spiel schon wie ne Frau. Obst, mein Charakter ist schön. Ich dachte, du wolltest etwas vorbereiten. Ja, und zwar mich auf deine Rückkehr. Hast du die Flügel? Ja. Bitte. Nicht so gut wie neu, aber das ist das schon. Hey, bestimmt gleiten. Du hast den Krug, oder? Mach dich bereit, ihn zu öffnen. Was ist das? Du schwieriger Dien. Dachtest du, du könntest entkommen? Du hast dieses Ding da bestohlen? Wie gesagt, ich hab ein Problem. Erbärmlicher Laufbursche. Du verdienst die Krone nicht, die man dir gab. Wir vernichten dich, Typhon. So wie damals. Wir? Es gibt kein wir. Schon lang nicht mehr. Phoenix, jetzt! Öffne deine Flügel! Es geht nicht! Jetzt! 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 Ich! 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 Du kannst dich nicht ewig verstanden! Er ist auch ein Gott. Ein Göttling. Gut. Oder ein Abkömmling der Götter. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Wer war dieses Monster? Typhon. Nicht der Typhon. Oh, du hast ja keine Ahnung. Wir müssen zur Halle der Götter. Dort können wir reden. Bereits zum Fliegen? Es waren die Flügel von Daedalus. Der Daedalus. Der große Erfinder. Und? Und? Sie haben nicht funktioniert. Sein Sohn ist gestorben. Keine Sorge. Flieg einfach nicht zu nah an Helios ran. Und wenn's Turbulenzen gibt, geh nicht auf die Toilette. Dann schaffst du es problemlos bis auf die Hauptinsel. Nehme ich an. Erst hast du mich beklaut und nun rettest du mich? Wieso? Den Großteil der Prophezeiung dieses Orakels hab ich nicht mitbekommen. Aber wenn der Rest davon stimmt, dann bedeutet kühn in die Höhe, dass nur du Typhon daran hindern kannst, die Welt neu zu erschaffen. Wir wissen nicht mal, ob es da um mich geht. Als jemand, der immer zu allen helfen will, solltest du vielleicht hin und wieder Selbsthilfe annehmen. Wovon redest du denn? Bei den Mäuren. Wie soll dir der geflügelte Bote denn helfen, wenn du ihn nicht lässt? Der geflügelte Bote... Moment mal. Geflügelter Bote? Oh nein! Du bist... Hermes! Ich liebe Halbwahrheiten, Streichel und lange Spaziergänge am Strand. Können wir jetzt bitte los? Die anderen Götter brauchen unsere Hilfe. Andere Götter? Soll das heißen, all die Geschichten sind wahr? Irgendwas stimmt nicht mit deinem Gesicht. Dir fällt dauernd die Kinnlade runter. Und jetzt fliegt zur Goldinsel. Wir treffen uns in der Halle der Götter. Ich erwarte dich dort. Mit diesen Worten verschwand Hermes. Phoenix blickte über das schmale Band der See, hinter dem sich die Berge und Täler der Goldinsel abzeichneten. Der lange und steinige Weg zu seinem wahren Schicksal lag vor ihm. Warte! Das war nur der Prolog? Wie kann es so lange dauern, eine Geschichte anzufangen? Da war ja Odysseus schneller zu Hause. Er wird gleich springen. Sei still und hör zu.